Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch das Midea Mobiles Klimagerät SilentCool 26 Pro WF vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Das Midea SilentCool 26 Pro WF ist ein leistungsstarkes und dennoch leises mobiles Klimagerät, ideal für heiße Sommertage. Mit einer Kühlleistung von 9000 BTU, British Thermal Units, ist es für Räume bis zu 26 Quadratmeter geeignet und sorgt schnell für eine angenehme Raumtemperatur. Ein besonderes Merkmal dieses Klimageräts ist die SilentCool Technologie, die für einen leisen Betrieb sorgt. Mit einem Geräuschpegel von nur 49 Dezibel könnt ihr ungestört arbeiten, schlafen oder entspannen, während das Gerät läuft. Das Klimagerät verfügt über eine WiFi-Funktion, die eine bequeme Steuerung per Smartphone oder Tablet ermöglicht. Mit der Midea Air App könnt ihr die Temperatur, den Modus und den Timer bequem von überall aus einstellen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Fernbedienung ausgestattet, die eine einfache Bedienung ermöglicht. Der Midea SilentCool 26 Pro WF bietet verschiedene Betriebsmodi, darunter Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation. Der integrierte 24-Stunden-Timer und die Schlafmodus-Funktion sorgen für zusätzlichen Komfort- und Energieeinsparung. Dank des kompakten Designs und der eingebauten Rollen ist das Klimagerät leicht zu bewegen und flexibel einsetzbar. Der herausnehmbare und leicht zu reinigende Luftfilter trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Zusammengefasst bietet das Midea Mobiles Klimagerät SilentCool 26 Pro WF eine effiziente und leise Lösung zur Klimatisierung eurer Räume. Mit seiner starken Kühlleistung, der WiFi-Steuerung und dem benutzerfreundlichen Design ist es eine hervorragende Wahl für den Sommer. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal!